Hallo! Hallo! Hi! Warte, warte, warte! Hallo! Hallo! Wir hocken wie ne Sonne bei unserem letzten Probetermin, bevor wir ins Studio gehen. Ja und Punkt 5, für heute eine Woche im Frühling haben wir immer noch nicht alle Sonntags fertig. Wir hoffen mal, dass das heute fertig wird. Wir geben uns noch ein bisschen Mühe. Noch die restlichen Pre-Recordings und Texte und so weiter fertig zu machen. Wir haben uns da auch in letzter Zeit relativ oft getroffen, waren Freunde besuchen und so. Und wir haben gedacht, vielleicht interessiert euch das ja und ihr wollt da noch was von sehen oder so. Also falls ja, bitte auf den Tisch. Ja. Viel Spaß! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Wir haben es nicht geschafft. Aber probiert. Phasenweise hat es fast geklappt. Der Wille zählt. Wir hätten noch sagen können, dass wir in Schlimm gespielt haben können.